Hallo! Schön gut an! Ja, kommt jetzt ein ernstes Thema, wir haben ein Protestlied mitgebracht. Ein Protestlied zu einem ernsten Thema, ja, dem Gender Pay Gap, also der ungleichen Bezahlung zwischen Mann und Frau. Ja, das regnet uns nämlich total auf, weil es zu unseren Ungunsten ist. Ähm, ja, und wir haben es natürlich im Stile des Punkrock geschrieben, denn... Na klar. Wie kann man anders ein Thema gut rüberbringen als mit dem Punkrock? Und deswegen ist der Mosh Pit jetzt eröffnet, falls jemand möchte. Hier ist die Wall of Death in der Mitte, würden wir trennen. Also können sich alle schon mal vorbereiten. Na gut. Viel Spaß! Man sagt, wir Frauen seien das sanfte Geschlecht. So zart, so weich, so lieb, so wunderschön. Wir seien duftend, elegant und stets gepflegt und dabei auch noch sehr hübsch anzusehen. Doch hör auf mich, mein Kind, weil das alles nur Lügen sind. Männer! Wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir schnarchen auch laut und wir trinken viel Bier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Ich seh aus wie ein Bär, wenn ich mich nicht rasier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir pöbeln, wir rauchen, wir saufen, wir können auch Atem an Allianz. Und deshalb wollen wir auch genauso viel Kohle verdienen. Frauen haben auch einen Verdauungsapparat. Frauen kacken täglich ungehemmt. Und wenn sie sich bewegen, schwitzen sie ganz ungeniert. Frauen vögeln rum und gehen fremd. Drum seid bitte nicht so blind. Frauen sind, weil wir auch voll assi sind. Männer! Wir sind genauso scheiße wie ihr. Ich trinke gern Schnaps und ich fresse für vier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir müssen auch pissen, so wie ein Stier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Genau! Weil es uns nämlich aufregt, dass die ganzen Männer in der Comedy-Branche viel mehr Kohle verdienen als wir. Ist das so? Ja, mach deine verträumten Augen auf, Ariane. Hier, überleg doch mal. Mario Barth, Dieter Nuhr, Sebastian Puffpaff, Dr. Eckart von Hirschhausen! Wow, 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 Julia, halt mal. Du kannst uns jetzt auch nicht so direkt mit Dr. Eckart von Hirschhausen vergleichen. Come on, das kannst du so nicht machen. Nee, da hast du natürlich recht. Sorry. Wir sind nämlich zu zweit. Wir wollen das Doppelte! Wir wollen das Doppelte! Wir sind genau so scheiße wie ihr. Wir sind genauso Scheiße wie ihr. Die Doppelte! Alle Frauen! Wir sind genauso scheiße wie ihr. Und die Männer! Schade! Die Frauen! Wir sind genauso scheiße wie ihr! Männer! Die Frauen normal! Wir sind genau so scheiße wie ihr, ich denk dich an meinen Freund, während ich masturbier. Wir sind genau so scheiße wie ihr, wir wollen auch nur ficken, so wie ein Tier. Wir sind genau so scheiße wie ihr, wir pöbeln, wir rauchen, wir saufen, wir sind agro wie ihr. Also Kohle her, bevor wir hier noch eskalieren. Dankeschön!